Digger Dilln, ich habe gerade die Aufnahme gestartet, willst du mich verraten? Digger was machst du mit meinem Schiff? Ich bin stuck! By the way Dilln, ich habe meine Aufnahme gestartet und das erste was man gehört hat ist dein Rülps, herzlichen Glückwunsch. Ja ist doch gut, bessere Anmeld als die meisten großen YouTuber. Herzlich Willkommen zu einem. Jetzt drückt doch einfach auf Start und hört auf mein ganzes Schiff zuzubauen. Mann, das kann ja wieder ein richtig lustiger Ride werden. Habt ihr jetzt Fragen gestellt? Auf Instagram. Morgen arbeiten, gar kein Bock. Arbeitest du nicht seit zwei Tagen? Mhm. Per stinkt oder? Ja Per stinkt. Ey, warte wer? Willst du Füße haben? Natürlich will ich Füße haben. Sie ist ein 10 von 10, aber wenn sie Mary heißt, der Name ist doch nebensächlich. Die Füße sind das wichtigste. Der Joke wird alt. Jetzt drückt doch mal auf Start Jungs und Mädels und wer auch immer. Bitte. Mein Schiff sieht aus wie der Coronavirus. Ich bin nicht gerne nur am Essen. Könnt ihr mir das Essen mal wegnehmen? Wenn ich einen Führerschein habe, ist das möglich. Aber jetzt gerade, du bist zu weit weg. Würde ich machen, du hast nicht verdient zu essen. Ich habe älte Süßkeiten. Jetzt esse ich die ganze Zeit. Oh, oh nein, Sarah. Du bist... Das ist gar nicht an meinem Schiff fest. Ist dieser fette Klumpen etwa gar nicht an meinem Schiff fest? Das sieht nämlich so aus, als ob das ziemlich locker wäre. Ne, er ist fest. War im Urlaub. Ja, wie war denn der Urlaub, Leon? War nice? Oder war scheiß? Ich habe heute für drei Packungen YumYum und eine Packung Milch 5,20 Euro bezahlt. Junge, wo lebst du? Ich kriege mich eigentlich keine Milch. Bei 5,50 Euro kriegst du einen ganzen Karton bei uns. Ja, ich habe dich vermisst, Mary. Und ja, Per, du wohnst auch auf dem letzten Bauernkaff. Da wird doch das Ding, da ist doch die Milchpressanlage. Da traut sich die fucking Inflation nicht hin. Nein. Aber hier... Ich war bei Edeka. Also ich weiß, dass es da generell teurer ist. Wenn ich das bei Aldi gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich günstiger gewesen. Aber es waren halt einfach nur... YumYum ist von... Ich glaube 49 Cent war früher. Oder sogar als ich noch in der Schule war, waren es 20 Cent für eine Packung YumYum. Aber so weit zurück wollen wir jetzt nicht mal gehen. Wir gehen jetzt einfach mal auf die letzten Zeit. Da war es 49 Cent. Inzwischen ist der Preis einfach jetzt auf 70 Cent angestiegen. Und vor einer Woche waren es noch 69 Cent. Also das geht ganz schön schnell hoch. Das ist jetzt... Ihr denkt jetzt zwar, das ist nur 1 Cent. Aber wenn in zwei Wochen sind wir dann wieder bei 72 Cent. Dann sind wir Ende des Jahres bei 1 Euro. Für ein YumYum. YumYum war für mich immer so diese... Wenn du am Ende des Monats wenig Geld in der Tasche hattest, dann konntest du YumYum kaufen. Weil davon wirst du satt und es ist nicht teuer gewesen. Aber selbst das ist jetzt vorbei. Ja, im Freibad hat ein Centerschock 10 Cent gekostet. Mittlerweile sind es 50... 50 Cent für einen Centerschock? Ja! Junge, das... Was? Ich habe so lange keinen Centerschock mehr gekauft. Aber... Was? Aber im Freibad, nicht im Laden. Im Laden habe ich keine Ahnung. Wahrscheinlich im Freibad ist alles 300 Euro teurer, Alter. Früher waren es 10 Cent im Freibad. Ja, die müssen es auch irgendwie Geld machen. Ich habe früher 5 Cent bezahlt für einen Centerschock. Nee, du bist doch alt. Ich habe früher gar nichts bezahlt für einen Centerschock. Dellen, du erinnerst mich gerade an den Witz. Dellen, hast du was geklaut? Natürlich. Früher bin ich mit 1 Euro in den Laden gegangen, habe 3 Packungen Chips, 22 Centerschock. Heute sind überall Kameras. Heute sind überall Kameras. Aber die Kameras, die in Läden hängen, sind eh aus dem letzten Jahrtausend. Weißt du, wie scheiße diese... Und was passiert hier gerade? Was ist mit dem Schiff? Hä? Ich glaube, die meisten sind irgendwo Attrappen, manche. Ja, natürlich, aber... Hä? Nee, entweder es sind Attrappen oder die Kameras sind absolut scheiße und du kannst sowieso nichts drauf erkennen. In allen Läden eigentlich. Außer halt in den teureren Läden, wo Modehäuser... Was ist passiert? Warum sind wir jetzt plötzlich hier oben? So, dann brauchen wir einmal Discord auf dem... Mary? Scheißband. Unlustig. Achso, Till, wegen den Erfolgen. Ja. Ich hab halt jetzt keine... Also, natürlich könnte ich das halt mit dem Geld auch anders reden. Aber das Problem ist, dass ich das programmiert... Es ist eigentlich relativ easy, den Shit mit Gutscheinen zu machen. Und stell dir mal vor, wie satisfying das ist. Du hast, keine Ahnung, 17.000-Taler-Gutscheine rumliegen. Du könntest dann alle gleichzeitig hinter und einlösen. Ja, aber dann muss das Geld nicht so schlagartig kommen. Das muss mit so einem Plink, 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 Plink. Höher gehen. Das heißt, du musst dann 17.000 Plinks über dich gehen lassen. Das wäre richtig eh. Du kriegst einen Plink, wenn du möchtest. Für jeden Taler einen Plink. Aber die sind dann... Für jeden Taler einen Plink. Die sind dann nicht so langsam, sondern die machen dann... Verstehst du? Das krieg ich nicht programmiert. Mein Gott. Und jetzt ist hier gerade alles am Abstürzen. Wir sind in der Wand drin. Was ist passiert, Flo? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Wir sind plötzlich abgehoben und jetzt sind wir in der Wand drin. Ich steig mal ganz kurz aus. Ich regel das jetzt. Lass die Ente das mal machen. Wenn ich hier irgendwie rauskommen würde. So. Okay. Ich lauf jetzt. Tschüss. Schönes Leben noch. Okay. Ich geh drauf. Egal. Bye-bye! Vielen Dank.